Wenn man das macht, dann muss man aber auch bitte so fair sein, das bei Erdgas, Wasserstoff, Benzin und Diesel auch zu tun. Und ich behaupte mal, dass der ADAC bzw. das Unternehmen, nämlich Joanneum Research, das diese Studie hier gemacht hat, bei den anderen Energieträgern hier nicht so genau hingeschaut hat. Hallo, herzlich willkommen. Hier ist wieder Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Ihr seht es schon hier auf dem Bildschirm. Heute möchte ich mich mit dem Thema mal wieder ADAC auseinandersetzen. Der ADAC argumentiert wieder mal anscheinend mit falschen Zahlen zum Thema Elektromobilität. Lasst uns mal reingucken, was damit gemeint ist. Vielleicht habt ihr diesen Artikel in der ADAC Motorwelt, Ausgabe September 2019, auf der Seite 15 gesehen. Seid vielleicht auch darüber gestolpert, so wie ich. Und ja, dieser Artikel rechnet wieder einmal das Elektroauto relativ schlecht im Vergleich zu anderen Antriebsarten. So würde das Elektroauto, also ein Wasserstoffauto, niemals beim CO2-Fußabdruck überholen können. Und ist auch schlechter als ein Erdgasauto, wenn es im Strommix mit Energie versorgt wird. Ihr kennt alle diese Argumente, aber wir wollen der Sache mal ein bisschen näher auf den Grund gehen. Ich habe euch mal hier einen Ausschnitt aus diesem Beitrag vergrößert. Und zwar sind hier ein paar Zahlen drin, die ihr euch bitte mal kurz merkt. Oben rechts seht ihr, wie der deutsche Strommix laut ADAC angeblich zusammengesetzt ist. Das ist nämlich mit über 33 Prozent. Da steht zwar über 33 Prozent, wir gucken uns aber die richtigen Zahlen mal gleich an. Und auch der Anteil an Braun- und Steinkohle wird hier mit 37 Prozent angegeben. Ich würde euch auch bitten, diese Zahl euch mal kurz zu merken. Und wenn wir unten gucken in den Fußnoten, dann sehen wir, dass der ADAC hier für die Batterie eine Lebensdauer von 150.000 Kilometer annimmt und einen CO2-Emissionswert von 580 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Und jetzt schauen wir uns mal ein bisschen an, wie es denn wirklich aussieht. Hier habe ich euch mal eine Grafik rausgeholt, die euch den Strommix in Deutschland 2018 anzeigt und einfach mal aufgeteilt in regenerative Energien und nicht regenerative Energien. Es geht also hier jetzt nicht um CO2-freie oder CO2-arme Energien, wie zum Beispiel Erdgas oder Kernenergie, sondern einfach mal, was ist denn im Netz schon regenerativ und was nicht. Und 2018 lagen wir bei etwas über 40 Prozent Anteil erneuerbare Energien bei uns im Stromnetz. Natürlich schwanken diese Anteile, das ist klar, je nach Wetter und einfach Angebot der Natur. Aber insgesamt kamen wir 2018 auf 40 Prozent. Das ist, finde ich, schon deutlich mehr als 33 Prozent. Die Angaben des ADAC hier, wenn ihr mal ganz unten guckt, dann seht ihr Werte von 30.10.2018 gültig für 2019. Da fragt man sich, also wie kann das sein? Da hätte ich auch schreiben können, der Anteil an regenerativen Energien beträgt mehr als ein Prozent. Ja, das wäre genauso sinnlos, wie ich schreibe mehr als 33 Prozent. Man hätte sagen müssen, 40,4 Prozent. Diese Zahlen sind ganz einfach verfügbar, hätte man problemlos einbauen können. Schauen wir uns mal die nächste Grafik an und zwar geht es hier um das erste Halbjahr 2019. Und da könnt ihr sehen, der Anteil erneuerbarer Energien, der hat deutlich zugelegt. Der liegt nämlich inzwischen bei 47,3 Prozent im ersten Halbjahr. Wer jetzt vielleicht sagt, ja Moment, erstes Halbjahr, natürlich ist auch das erste Halbjahr ein Halbjahr, in dem Winteranteile mit dabei sind. Also eine ganz einfache Geschichte hier. Gibt nichts daran zu kritisieren. Der Anteil an Kohle mit knapp 30 Prozent ist also auch deutlich geringer als das, was der ADAC angibt. Nämlich mit 37 Prozent sind wir deutlich drunter. Und wir wissen, dass der Anteil an Kohle immer weiter zurückgeht. Vor wenigen Wochen zum Beispiel wurde in der Lausitz erst wieder ein 500 Megawatt Kohleblock abgeschaltet. Das heißt also, diese beiden Angaben, mehr als 33 Prozent erneuerbare Energien wird, ist sehr ungenau. Ich finde mehr als 33 Prozent fast schon lächerlich, wenn wir tatsächlich schon bei über 40, fast schon bei 50 Prozent sind. Und der Anteil an Kohle beträgt ja jetzt in Anführungszeichen nur noch 30 Prozent. Und das ist also auch schon deutlich weniger als die 37 Prozent, die der ADAC angibt. Gucken wir mal weiter. Hier sehen wir mal die Entwicklung der CO2-Emissionen für eine Kilowattstunde Strom von 1990 bis 2018. 1990 lagen wir bei 760 Gramm. Ich runde mal ein bisschen 2018. Und jetzt haben wir hier mal eine Zahl, die ihr euch merken solltet. 474 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Wir suchen uns mal den Wert, den der ADAC angenommen hat. 580. Den finden wir hier 2008. Also das ist ein 10 Jahre alter Wert, der vom ADAC hier herangezogen wird, um auszurechnen, nach wie vielen Kilometern würde ein Elektroauto andere Antriebe beim CO2-Fußabdruck überholen, wenn es mit Strommix geladen wird. Wobei ich mich die ganze Zeit frage, wie soll ich das eigentlich machen, wenn ich zum Beispiel mein Elektroauto an öffentlichen Ladestationen lade, dann bekomme ich zwangsläufig grünen Strom. Ich kann gar keinen Strommix laden und ich weiß auch nicht, ob einer von euch zu Hause sein Auto mit irgendeinem Graustromvertrag lädt oder ob ihr nicht alle schon längst, und davon gehe ich mal aus, auf Ökostrom umgestiegen seid. Schauen wir uns doch mal so ein paar Beispiele an. Es gibt so eine sehr schöne Webseite, die heißt energymaps.org. Und hier kann man sich für verschiedene Länder Europas und der Welt mal den augenblicklichen Strommix angucken. Ich habe hier mal wahllos zwei Screenshots für euch rausgesucht. Das hier war am 14. Oktober, Viertel nach sieben. Also eine Zeit, in der auch schon in der Industrie gearbeitet wird, in der viele aufgestanden sind, Kaffee kochen, Frühstück machen. Dann lagen wir hier also bei 283 Gramm CO2-Äquivalente pro Kilowattstunde. Äquivalente ist auch nochmal wichtig, komme ich nachher auch nochmal zu sprechen. Und nehmen wir mal hier einen Tag später, den 15. Oktober, ein bisschen früher, Viertel vor sechs, da war zum Beispiel der CO2-Wert bei 288 Gramm pro Kilowattstunde. Einen Wert von 580 Gramm habe ich schon Wochen und Monate nicht mehr gesehen. Ich weiß auch gar nicht, wie das funktionieren soll. Bei immer weiter reduzierten Erzeugungskapazitäten aus Kohle ist mir das völlig unklar, wie man auf diesen Durchschnittswert kommen soll. Das würde ja heißen, man würde auch an weiten Teilen des Jahres deutlich mehr emittieren. Und sowas sehen wir eigentlich eher in Polen, wo die Werte regelmäßig über 600 und 700 Gramm CO2 pro Kilowattstunde sind. Das sind also nochmal zwei wahllos rausgesuchte Werte, die zeigen, wo wir eigentlich eher sind. Wir pendeln nämlich eigentlich inzwischen in Deutschland irgendwo zwischen 250 und 350 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Das ist weit weg von 580. Ja, ich wollte der Sache natürlich noch ein bisschen weiter auf den Grund gehen. Habe mir mal vom Umweltbundesamt diese Studie hier rausgeholt vom Oktober. Die ist jetzt relativ frisch. Sie zeigt den Strommix 1990 bis 2018. Der ADAC bezieht sich ja auch auf Werte vom Umweltbundesamt. Und ich werde euch jetzt nicht die ganze Studie zeigen, sondern ich habe einfach mal so ein paar Seiten rausgesucht, ein paar Aussagen rausgesucht, die das stützen, was ich sage. Nämlich, dass dieser Wert vom ADAC irgendwie sehr mit Vorsicht zu genießen ist. Und zwar ist erstmal ganz wichtig zu sagen, dass Deutschland ja ein Strom-Export-Land ist. Also Deutschland exportiert etwa 8% seiner Stromerzeugung ins Ausland. Und entscheidend ist dieser Satz hier. Gleichzeitig wird deutlich, dass ein steigender Anteil der CO2-Emissionen der Stromausfuhr zuzurechnen ist. Das heißt, ja, es entstehen CO2-Emissionen, aber es entstehen CO2-Emissionen, die man eigentlich Deutschland nicht direkt zurechnen kann, weil das ja Strom ist, den wir für andere Länder erzeugen. Ich selber habe mit dem Stromexport nichts zu tun und ich kriege diesen Strom auch nicht ab, weil das sind Strommengen, die in Großkraftwerken gewonnen werden und die auf der höchsten Netzebene in andere Länder fließen und gar nicht in die unteren Netzebenen bis runter zum Haushaltsverbraucher fließen. Dazwischen sind jede Menge Windkraft, Solarparks und so weiter. Diese Energie kommt am E-Auto überhaupt gar nicht an. Das geht technisch gar nicht. Dann gucken wir uns mal den nächsten Ausschnitt an. Hier steht die direkten CO2-Emissionen pro Kilowattstunde Strom. Hier unten seht ihr nämlich das entscheidende 2017, 486 Gramm und hochgerechnete Werte für 2. Hier scheint ein Druckfehler gewesen zu sein. Deswegen habe ich hier die 8 drüber geschrieben. Hochgerechnete Werte für 2018 474 Gramm. Das ist doch schon mal ungefähr 100 Gramm weniger, als der ADAC angibt. Diesen Wert finden wir auch an vielen anderen Stellen in dieser UBA-Studie. Hier in dieser Tabelle, schaut mal unten, habe ich es euch eingekreist. Und dann auch zum Beispiel hier an dieser Stelle im Kapitel 3, spezifische CO2-Emissionen. Hier wird noch mal ganz klar gesagt, von 1990, wo wir bei über 760 Gramm lagen, sind wir inzwischen, tendieren wir Richtung 473, 472 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Dann habe ich hier diese Grafik gefunden. Auch hier kann man deutlich sehen, das ist deutlich unter 500 Gramm. Und diesen Textausschnitt auch noch mal. Auch hier wird wieder gesagt, dass der Anteil erneuerbarer Energien deutlich zugenommen hat. Und zwar inzwischen, hier wird gesagt, 2018 über 43 Prozent. Also diese 33 Prozent, die der ADAC angibt, ist also völlig aus der Luft gegriffen. Hier auch noch mal in der Zusammenfassung, wird dieser Wert von 474 Gramm auch noch mal genannt. Und es steht extra da, es bestätigt den sinkenden Trend. Es macht also keinen Sinn, mit alten Zahlen zu rechnen. Ja, kommen wir noch mal hier zurück. Also diese beiden Werte, die ihr hier rechts oben seht, die können so nicht stimmen. Die sind einfach falsch. Genauso falsch ist wie das Thema Batterielebensdauer. Da bin ich jetzt nicht näher drauf eingegangen. Aber jeder von euch, der ein Elektroauto fährt, der weiß, dass eine Batterie nach 150.000 Kilometern natürlich nicht tot ist. Wenn man von Lebensdauer spricht, gehe ich hier davon aus, dass sie meinen, dass die Batterie nach dieser Strecke tot ist. Das stimmt nicht. Die Kapazität mag um 20 Prozent nachgelassen haben, wenn überhaupt. Aber die Batterie ist lange nicht tot und kann noch lange, lange weiterverwendet werden. Und jetzt vielleicht noch mal auf diesen ADAC-Wert von 580 Gramm, wenn man hier noch ein bisschen weiterliest. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ist, was der ADAC meint. Hat man hier gesagt, wir rechnen zu den CO2-Emissionen auch noch die damit verbundenen Emissionen an treibhausgasrelevanten Emissionen dazu. Nämlich zum Beispiel Methan. Wenn ich also ein Gaskraftwerk betreibe, brauche ich Erdgas und dieses Erdgas kommt zum Teil aus weit entfernten Feldern. Dabei entweicht auch CH4 direkt in die Atmosphäre, was sehr stark treibhausrelevant ist. Auch hier andere Stoffe. Das kann man natürlich machen. Man kann natürlich auch noch den letzten Atemzug eines jeden Mitarbeiters in der Stromwirtschaft in diesen Wert hier mit reinrechnen. Wenn man das macht, dann muss man aber auch bitte so fair sein, das bei Erdgas, Wasserstoff, Benzin und Diesel auch zu tun. Und ich behaupte mal, dass der ADAC bzw. das Unternehmen, nämlich Joanneum Research, das diese Studie hier gemacht hat, bei den anderen Energieträgern hier nicht so genau hingeschaut hat. Wenn ich mir die anderen Werte hier angucke, dann kann ich das nämlich so nicht erkennen. Also lieber ADAC, wir bleiben dabei. Mit dem Elektroauto fährst du sauber, so sauber es geht. Natürlich nicht hundertprozentig sauber, das ist klar, das geht nicht. Aber ich glaube, wir können uns alle weiterhin gute Fahrt wünschen. Und dem ADAC kann man nur bitte zutragen, sich mit dieser Studie nochmal zu beschäftigen. Und nochmal zu überlegen, ob man sie rausgibt, so wie sie jetzt ist oder ob man sich dann wieder lächerlich machen möchte. Das war es erstmal von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn ihr fandet, das war nichts, Julian, gebt mir einen Daumen nach unten. Freunden tun wir uns auf jeden Fall über ein Abo. Und wenn ihr informiert werden wollt, wenn es neue Videos gibt, dann klickt einfach mal die Glocke. Danke, bis zum nächsten Mal. Julian sagt Tschüss. Danke, bis zum nächsten Mal.